Die Sendung wurde live untertitelt Das ist etwas, was ich nie im Leben tun Sag mir, Karl, was du gemacht hast, kurz bevor ich nach Hause kam Okay, gut, ich war oben und ich saß in meinem Zimmer Ja, hab ein Buch gelesen Weiter Und dann kam auf einmal dieser Typ raus Okay Bin auf ihn zugegangen Ja, und ich hab ihn 37 Mal in den Kurs gestochen Wow, das tötet Leute Oh, hey Die Sendung wurde live untertitelt Die Sendung wurde live untertitelt Oh, hey Oh, hey